Wie zum Teufel komme ich da rauf? Denn da kann ich nicht immer schöne Pots draus schnippeln. Ich muss hier mal sehen, dass Sie nicht mehr so sein können. Ich habe diese Reise und die Reise durch das Reise im Grunde genommen. Ich habe die Reise und die Reise im Grunde genommen. Ich werde jetzt hier in der Reise und die Reise im Grunde genommen werden. Es ist wie ein Reise. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist mein Gott! Soll ich hier verrecken? Oh mein... Oh mein Gott! Ein relativ offenes Geländer? Hier haben wir es. Endstation. Oh mein Gott! Scheiße! Nichts? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da fehlt doch Sprit! Oh mein Gott! Okay, ja... Oh mein Gott! Oder bist du in Munition? Ne, ohne Scheiß. Nein. Oh, saft. Ne. Vielleicht finde ich welches. Oh, scheiße. Stalker. Damend, ey. Ich fände mir jetzt auch noch. Scheiße. Nein. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ich mag das Spiel nicht. Okay. Waren das alle? Ja. Gut so. Okay. Ah, jetzt bin sie. Ich habe dieses Spiel schon zu lange nicht mehr gespielt. Bitte. Lea. Auch nichts. Mann! So eine Scheiß-elachter muss ich doch Benzin geben ey! Jackpot. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen. Bitte. Sehr gut. Dürfte reichen. Hoffen wir, dass es reicht. Komm schon. Okay. Okay, wenn du das sagst. Klingt das auch ganz logisch. Schau gerade aus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Ach, kleine Sorge. Da geht es raus. Und wo komme ich da hin? Ja, wie kommst du da hin? Das ist natürlich jetzt die Frage Number One. Da geht es nicht. Ah, Echo Hood. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt irgendwie hier... Ich hier weitermachen könnte. Ah. Ah. Alles klar. Alles klar. Scheiße. Ein Beamer löst sein Rätsel immer selbst. Lass mich mal irgendwann so ein Ding abrutschen. Alles klar. Ja. Ich höre dich. Willst du mich denn verarschen, ey? Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Nein. Scheiße. Warum geht ihr in den Stein, wo es geworfen wird, sondern nein? Ich höre dich. 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 Die Typen gehen mir auf den Sack. Muss ich euch jetzt aber so sagen, dass die Typen einfach auf den Sack. Ich weiß nicht, ob man sie auch von hinten abstechen konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genau, geht ruhig dahin, geht ruhig dahin. Ja, geht ruhig dahin, geht ruhig dahin. Wir umgehen den am besten. Das ist so schlimm ey, diese Geräusche manchmal. Ja, geht ruhig dahin. 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 Ey, das ist so kacke, wenn man das gar nicht mal gespielt hat. Ja, geht ruhig dahin. Ja, geht ruhig dahin. Ja, geht ruhig dahin. Komm schon, noch ein Headshot. Geht auch. Komm schon. Ich hasse es, ich hasse es. Ah, das Spiel ist so gut. Ey, ohne Mist jetzt. Jetzt muss Flaschen. Ja, geht ruhig dahin. Ja, geht ruhig dahin. Warum drücke ich schlussigerweise im Umfeld? Ich kann es euch nicht sagen. Ich denke mal, wir werden alles haben. So. Lass mir noch das Lager plündern. Ja, genau. Na, Alice? Ich habe ein paar Rekorder gefunden. Vielleicht können wir das alles hier aufzeichnen. Geh mit mir einen Grund zum Reden. Wenn auch nur mit mir selbst. Okay. 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 Okay, ich gebe es. Okay. Okay, ich gebe es. So, ich gebe es. Ich gebe es. einen kleinen sprung